Hallo, ich bin Oskar, die schlaue Eule. Ich zeige euch, wie Lernen kinderleicht wird. Zählen lernen, lesen lernen, Lieder singen, das macht erst zu zweit richtig Spaß. Deswegen gibt es jetzt von Niki mich als Plüschtier. Eine kuschelige schlaue Eule für Kinder von vier bis sieben Jahren. Und das bringe ich euch alles mit. 200 Lernkarten aus zwölf Kategorien. Außerdem fünf Karten mit Karaoke-Funktion bekannter Kinderlieder. Stecke eine Karte einfach in den Schlitz des Baumstamms und schon lese ich dir den Inhalt der Karte vor. A wie Ameise oder A wie Apfel. So lernst du das Alphabet, Farben, Formen, Zahlen und vieles mehr. Ich lese dir immer die Seite der Karte vor, die zu dir zeigt. Indem du die Karte drehst, kannst du die Sprache zwischen Deutsch und Englisch wechseln. A für Ant oder A für Apple. Bei den lustigen Liedern singe ich dir zunächst das gesamte Lied vor. Dann fordere ich dich zum Mitmachen auf und du hörst die Melodie zum Mitsingen. Ich bin Oskar, die Eule, komm doch näher und hört her. Mit mir, Oskar, der schlauen Eule, bekommt jeder Lust auf Spielen und Lernen. Ich bin Oskar, die Eule, lass uns Freunde sein. Wir lernen und spielen, zu zweit kann es so einfach sein. Oskar, die Eule, lass uns Freunde sein. Wir lernen und wir spielen, denn zu zweit kann es so einfach sein.